Hallo zusammen, hier ist wieder Outschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um das erste Toy, das ich in Nassiatar gefunden habe, und zwar Warnschild der Shirakkes. Und dieses finden wir bei einem Naga-Radio, den wir beschwören müssen. Und ich bin hier einmal in Nassiatar unten bei den Koordinaten 66, 21. 25. Hier bekommen wir das von einer Naga-Lady, und zwar schimpft sich die gezeigten Herrin Lesh-Sindra. Und diese kann quasi hier unten beschworen werden. Ich habe das mal ein bisschen nachgelesen, es sind vier Eier, die man hier anklicken muss in dem Bereich. Die sehen anscheinend genauso aus wie die restlichen Eier, die klickt man an und dann kommt der Boss. Ich habe das leider jetzt gerade nicht selber gemacht, deswegen kann ich es euch auch nicht zeigen. Die Eier sind jetzt auch schon leider nicht mehr da, das hat jemand andere gemacht, der die Eier angeklickt hat. Und dementsprechend kam der Boss. Ich habe es beim ersten Mal bekommen, auf YourWert gibt es noch keine Dropchancen. Ich weiß nicht, ob das Ding 100% ist, aber wenn ihr das farmen wollt, dann lauft hier mal in der Nähe rum. Hier in dem größeren Bereich, da müssten dann dementsprechend diese Eier sein. Und dann einfach draufklicken und sobald ihr alle vier angequatscht habt, kommt der Boss. Und dann könnt ihr ja mal gucken, ob ihr das Ding auch zu 100% kriegt. So, dann lernen wir das einmal und schauen mal an, was das macht. Das ist ein Warnschild. Ich schätze mal, das läuft wie bei dem einen Mob auf den Timeless Eyes, dass man hier einfach so ein Schild aufstellen kann. Und zwar, ja, ich habe ein Schild. Das kann ich jetzt quasi einmal beschreiben. Was haben wir? Sichere Passage. Lange lebe die Königin. Vorsicht Fische. Vorsicht Fische? Machen wir mal Vorsicht Fische. Und wenn wir jetzt drüber fahren, dann steht da Vorsicht Fische. Okay, also es ist einfach so ein kleines, nettes Gaming-Toy. Das ist quasi ein Schild, das hier, ja, schwebt. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus und hat dann hier diese Nagersprache quasi. Und man kann drüber fahren und sieht dann die Textnachricht, die ihr ausgewählt habt. Das war es schon mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und sonst könnt ihr gerne noch weitere Videos schauen. Euer Telar. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.